Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Bachelor hier in die Sims 4 und ihr wisst genau was heute ist, ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel gelesen, heute ist die Nacht der Rosen und ich muss mich ganz kurz vorher, ich weiß nicht, vielleicht hört man es auch schon an meiner Stimme ein bisschen ähm, ja die ist echt ein bisschen angeschlagen, äh, weil ich ja in Köln war die letzten Tage und da Urlaub gemacht hab und ähm, wir waren da im Phantasialand und dann, ne, durch das Achterbahnfahren, die ganze Zeit rumschreien und dann hab ich mir gedacht, so abends, hey komm, gehst du noch feiern, die ganze Nacht so rumgeschrien und gesungen und alles und am nächsten Tag war ich tot und meine Stimme ist gefühlt immer noch tot, ich weiß nicht, ob das jemals besser wird ähm, deshalb möchte ich mich bei euch nur kurz entschuldigen, falls man das jetzt so krass hört ich, ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, manchmal denke ich mir so, wow, das hört man ja schon ganz schön aber manchmal denke ich mir so, oh, das geht ja eigentlich voll so, aber wir sind jetzt nicht hier, um über meine Stimme zu reden und wer noch was über Köln wissen möchte oder sehen möchte, kann mir ja gerne auf Instagram folgen da heiße ich Nikos live unterstrich, ist bestimmt jetzt hier auch reingeblendet oder so ja, aber darum geht es heute nicht, heute geht es um die Nacht der Rosen, Freunde wer darf heute weiter und wer nicht, das habt ihr entschieden und es ist super, super spannend und super, super knapp gewesen also, wow, da muss ich, nein, hör doch auf auch die Sarah, nein, 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 nein nein, warum macht sie das fuck, jetzt heulen wieder alle, toll toll, danke Bachelor, cool danke, dass du alle eifersüchtig und zum Heulen kann ich bitte mal auf die Taylor klicken, meine Fresse ähm, geil beste Nacht der Rosen, die Sarah, die sorgt schon wieder für ordentlich Stress Sarah, vielleicht war es ja das letzte Mal, dass du hier für Stress sorgst vielleicht fliegst du halt auch einfach raus ja, da gibt es auch schon die Ohrfeige von der Marina zu Recht natürlich, zu Recht ähm ja scheiße gelaufen, Bachelor, ne ich würde das mit Marina an deiner Stelle jetzt erstmal ein bisschen retten und die versuchen ein bisschen zu beruhigen weil ohne Scheiß, die hasst dich gerade richtig hör auf mit der Sarah zu plaudern nein Marina, du setzt dich jetzt wir müssen das jetzt retten, Leute wir müssen das jetzt hier irgendwie retten und dann sagen wir mal, gehen wir mal hier hin setzen uns da hin mit dem Bachelor noch und dann versuchen wir das irgendwie ein bisschen hier besser hinzukriegen so, Bachelor, jetzt aber Tag verschönern versuch mal ein bisschen die Marina noch davon zu überzeugen dass du nicht nur was mit der Sarah hast und mit der Taylor ist es auch ganz schön wieder nach unten gegangen oh shit, Leute ah, ich hab richtig Angst dass vielleicht heute einer dann doch sagt ah, ich will die Rose nicht wer weiß, das kann ja gut sein ähm, das kann halt echt gut sein, Freunde dass die dann so sagen ah, du hast schon wieder mit einer anderen rumgemacht ich möchte das nicht und dann, bye das boah das wäre echt krass vor allem, wenn es jemand wäre der eigentlich weiterkommen würde und das ist, glaube ich, gar nicht so unrealistisch oh oh shit oh shit, Leute nein, nein, nein nein oh Gott, oh Gott, oh Gott das will ich aber nicht, dass die sich jetzt hassen das möchte ich echt nicht ich möchte, dass hier sich jeder immer noch ein bisschen versteht und immer noch so ein bisschen äh, Wärme füreinander übrig hat Wärme? Liebe, eher gesagt oh Gott ähm kann ich das nicht wiedergutmachen? Schnelle wiedergutmachen komm, bitte und dann sag mal Marina hey, es ist überhaupt nicht schlimm über Probleme beschweren ähm, ich glaube, die kann auch gar nichts Romantisches anbieten die kann nur so düster Komplimente machen weil die einfach richtig sad ist weil die scheidende Liebe und zum Scheitern verurteilt wegen Eifersucht heilige Mutter Maria Gottes kann die sich bitte mal hier verpissen, ey? Sarah, du hast gerade nur für Stress gesorgt mit der Marina und ich möchte das echt nicht also die kann gerne hier mit der Taylor ein bisschen Fernsehen schauen guck mal, die verstehen sich da auch noch hier, komm, guck ein bisschen aktuell Fernsehen und du kannst auch noch ein bisschen mit Fernsehen schauen und Taylor du auch doch, du, nee, Taylor lass Taylor mal heulen oder so lass Taylor mal heulen same so so, komm, bitte bitte Mark uns nein, geh nicht geh doch nicht wir wollen doch mit dir reden bitte ich glaube, wenn ich so wenn ich so ein bisschen tiefer oder höher mit der Stimme gehe dann merkt man das schon dass meine Stimme echt ein bisschen im Arsch ist aber hey hey, ist doch egal so, wir müssen jetzt erstmal versuchen dass wir wieder irgendwie zurecht zu biegen weil das kann nicht so sein bitte Marina, wir brauchen dich doch noch vielleicht brauchen wir dich auch nicht vielleicht kannst du auch hinterher einfach gehen, man weiß es nicht ähm so, aber romantisch können wir halt echt nichts machen weil sie richtig schlecht drauf ist versuchen zu flirten oh man, oh man das kommt halt davon, Bachelor, ne wenn man mit mehreren Ladies gleichzeitig was laufen hat dann ähm ach, die lehnen sich aber auch die ganze Zeit selbst ab die sind so dumm oh Gott die sind einfach die dümmsten Menschen auf der ganzen Welt ey, lass den mal vor allem verstecken lass sie mal kommt sie hier rein, ne da kommt sie glaube ich nicht rein äh, dann lass sie mal ein bisschen sich selbst Zuspruch geben der Taylor, der geht's auch schon wieder besser ja, komm, na, toll toll oh Gott das tut mir alles so weh das tut mir alles so weh ihr müsst doch zu den Dream Dates das heißt, ihr dürft euch nicht alle hassen alle obwohl es ist ja eigentlich bloß bei Marina aktuell nicht so gut, ne naja wir warten mal ab vielleicht wird es ja noch was und ähm vielleicht braucht es ja gar nichts mehr werden denn dann kann sie halt einfach gehen und dann hat sich das wenn ihr nur sagt hey, wir wollen nur die Blonden dabei haben dann ist das nun mal so ach Gott, die Arme das tut mir so leid oh mein Gott ich spule mal ein bisschen vor einfach nur, weil ich möchte dass, ähm ja, dass die Sims das ein bisschen schneller runterkriegen wie sieht's bei ihr aus ah komm ja, das dauert echt noch ein bisschen aber hey kann, ja, okay wie sieht's aus fünf Stunden noch warum geht er nicht noch mal ins Bett oder so oder redet mit sich selbst gibt sich ein bisschen Zuspruch los, gib dir Zuspruch sag, hey du bist eigentlich ein cooler Typ und wie sieht's bei Marina aus bei Marina geht's lang ach, das ist nur noch mit der Eifersucht und das ist sie wieder kokett geil, Leute geil so, und bei ihm dauert's noch kurz bisschen schneller, ja hopp, hopp so, okay dann kann er jetzt mal zur Marina gehen und ähm versuchen trotzdem das irgendwie wieder gut zu machen weil das geht ja gerade aktuell gar nicht beide sind romantisch und ich hab Angst dass wieder irgendjemand was mitbekommt oh Gott ähm ja wie wär's ja redet mal ein bisschen miteinander vielleicht klappt das ja noch vielleicht ähm habt ihr dann ein bisschen bessere Stimmung als das, ne nur Freunde sind sie nämlich aktuell oh mein Gott oh shit egal ab ins Badezimmer und ein bisschen rummachen im Badezimmer so, okay flirten ach, guck mal von ihrer Seite geht's doch wieder hier Mensch jetzt ist doch wieder im Lot hier so press deine dicken Lippen wie Katja sagen würde auf ihn oder so dieses Lied von Katja dicke Lippen ich weiß nicht was ich davon halten soll ich find's irgendwie extrem lustig und ich wollt's einfach mal mit einbauen weil es einfach was aktuelles ist und es heute erst rausgekommen ist und hab die ganze Zeit ein Over von diesen dicke dicke Lippen dicke Lippen es ist so schlimm Leute es ist so schlimm so, flirtet mal ein bisschen guck mal die verstehen sich doch wieder toll aufreizend posieren und jetzt äh gibt's noch ein Küsschen für dich und noch ein Kompliment über dein Aussehen und dann würde ich mal sagen ne Rose bieten wir ja keine an wir sind noch nicht so weit wir sind noch nicht bei der Nacht der Rosen ähm gibt's noch einen Kuss der gehaucht wird für dich und die restlichen Leute die ja müssen sich jetzt einfach auch mal abreagieren und sich selbst Zuspruch geben hör auf und geh am besten raus was grillen geh ein bisschen Früchte grillen oder so und die Taylor die muss auch hoch und sich ein bisschen abreagieren denn gleich startet echt die Nacht der Rosen und da kann ich euch alle nicht traurig gebrauchen das wäre glaube ich sehr fatal das wäre oh das wäre echt nicht so so gut aber die Sarah die ist hier die sitzt hier badass bitch so richtig leid gedrängt sie liebt das weil sie so für Stress gesorgt hat ach die Sarah die ist einfach super die ist echt die hat die ganze Zeit für Stress gesorgt Leute das ist so cool ähm so okay Marina ist schon am Freude dancen ähm ihr geht's auch wieder gut nur der Taylor ist noch ein bisschen sad aber das ist nicht so schlimm denn gleich starten wir in die Nacht der Rosen und dann äh wird es wieder spannend wer bekommt eine Rose und wer fliegt raus Leute es ja können nur drei von den Vieren werden und das Ergebnis hat mich mhm schon ein bisschen überrascht also das muss ich schon sagen und ich freue mich so auf die Dream Dates die werden so so cool jede einzelne Lady äh kriegt hier ihr eigenes Dream Date und ähm ich habe für jeden auch was geplant also äh auch jetzt schon vorher bevor ich eure Voting Ergebnisse gesehen habe weil es gibt ja drei Urlaubsorte beziehungsweise gibt es eigentlich nur zwei ne aber es gibt ja noch so ein Mod wo man diesen dieses Waldparadies so ein Strandparadies machen kann und da habe ich für jeden schon etwas geplant ähm und dann freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge die wird super super cool es wird heiß es wird sexy es wird vielleicht sogar ein bisschen sexuell äh zwischen den äh Bachelor und den Kandidatinnen bei den Dream Dates ich möchte noch nicht allzu viel verraten was ich jetzt aber verraten werde ist dass der Bachelor sich erstmal ein bisschen zurückziehen wird und hier reingehen wird und erstmal gleich die Bilder hier abnehmen wird weil ja hallo wir sind nur noch zu viert und wir müssen uns doch anschauen welche der Ladies wir heute rausschmeißen und welche äh wir noch ein bisschen beibehalten wollen würde ich jetzt mal sagen ne so ja Bachelor guckste ne so wir haben nämlich noch Jessica Davis die können wir mal abhängen wir hängen ach guck mal wie krass das ist sogar dann genau so dass das passt was oh mein Gott wie cool wir haben noch Jessica Davis Taylor Miller huch Marina Sanders und Sarah Baker und einer von euch muss uns heute leider verlassen und ich würde jetzt einfach mal sagen Leute dass wir in ne kurze Werbepause schalten und dann hören wir uns gleich wieder ähm wenn alle schick angezogen sind und dann starten wir die Nacht der Rosen drei Rosen wird es zu vergeben geben zu vergeben geben ach ihr wisst was ich meine auf jeden Fall wir hören uns gleich wieder nach der Werbepause da sind wir auch schon aus der Werbepause zurück beim Bachelor und er hat sich in Schale geworfen fast wie bei der ersten Nacht der Rosen es ist eigentlich genau das gleiche Outfit wie bei der ersten Nacht der Rosen aber hey ist doch egal denn jetzt wird es spannend Leute jetzt äh kommt es drauf an wer von diesen vier wunderschönen ja okay Jessica hat es jetzt nicht ganz so gut getroffen auf dem Selfie aber hey die anderen auf jeden Fall äh wer von diesen vier Ladies kommt weiter und darf zu den Dream Dates es wird wunder wunderschön denn es geht zum einen äh für eine Kandidatin zum Campen in den Wald wow es klingt jetzt nicht ganz so schön aber es ist cooler als es klingt äh für die andere Kandidatin geht's an den Strand äh mit Palmen Beach pur und äh ja was es nicht sonst noch alles sich zu wünschen gibt und für die dritte geht es ab in den Dschungel wilde Abenteuer erleben und wer das erleben darf das seht ihr jetzt denn diese Kandidatinnen kämpfen noch um ein beziehungsweise ja sie warten sie kämpfen gar nicht mehr drum denn es ist entschieden ähm diese drei Kandidatinnen und Taylor noch die zeigen wir gleich ähm zum einen Marina ganz links in der Mitte die Jessica oder wie ich sie ganz auf den Ende Jennifer ist ja irgendwie alles dasselbe ne und rechts die Sarah so und dann habt ihr hier noch die süße Taylor die auch hier in ihrem blauen Dress wartet auf eine Rose und ja hier seht ihr sie nochmal alle übrigens ähm Taylor und Taylor muss aufs Klo okay ähm Taylor und die anderen Ladies die äh ne Taylor und Jessica nur nur Taylor und Jessica haben das Outfit aus der ersten Nacht der Rosen glaube ich sogar an ähm ob das ein gutes Omen ist oder nicht für die beiden ich weiß es nicht Sarah hat was komplett Neues an und ähm die Marina die hat das Outfit von ihrem Abendparty Look an das haben wir aber glaube ich auch noch nicht gesehen so wir switchen jetzt aber mal zurück zum Bachelor denn es ist so weit Leute die erste Rose wird übergeben und die erste Rose die geht ähm ja schwierig auf jeden Fall weil diesmal war es echt bisschen knapper was das Voting anging und ja auch die Dates nicht jede Kandidatin hat diese Woche ein Date mit dem Bachelor aber die Rose würde ich sehr gerne an eine Kandidatin geben ähm ja bei der es schon gut gefunkt hat die Woche obwohl es wahrscheinlich auch ein bisschen Stress gab wie wir heute auch wieder gemerkt haben viel Trauer war im Spiel und es war nicht immer einfach würde ich sagen aber aber meine liebe Freunde aber 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 die erste Rose des heutigen Abends des heutigen Tages der heutigen Nacht geht an die Frau die mit dem Bachelor im Zoo war und zwar Marina Marina komm bitte rein und nimm deine Rose entgegen äh sie muss auch ganz dringend aufs Klo ihr könnt gleich aufs Klo gehen keine Sorge wir müssen erstmal die Rose übergeben ähm so Marina hi na was geht ab ähm so dann würde ich dich gerne jetzt mal fragen würdest du meine erste Rose des heutigen Abends annehmen und Marina nimmt sie trotz des Streites an wow zum Glück ey das wäre echt ein bisschen kritisch gewesen aber hey Marina darf zu den Dream Dates und ich hab mit Marina sowas cooles geplant und es freut mich so dass Marina weiterhin dabei ist denn eigentlich hab ich dieses eine Dream Date genau auf sie zugeschnitten weil ich wusste das passt wie die Faust aufs Auge Leute dann würde ich jetzt mal sagen kommen wir jetzt gleich zur zweiten Rose nach einer kurzen Werbung und weiter geht es hier bei die Nacht der Rosen beim Bachelor diese drei Ladies unsere blonden Girls Hashtag Team Blonde Bitches wie sie ja von teilweise von ein paar Leuten von euch teilweise getauft wurde ähm warten noch auf eine Rose und zum einen wartet da die gute Taylor noch wird sie gleich eine Rose bekommen oder sorry jetzt hab ich aus Versehen Jessica übersprungen hi Jessica äh oder wird Jessica die nächste Rose bekommen oder doch die gute Sarah in ihrem neuen sexy Look hallo 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 das entscheidet jetzt der Bachelor ähm und zwar die nächste Rose ja geht an die Kandidatin die glaube ich ähm gemocht ist in diesem Haushalt zumindest von vielen ich glaube von manchen wird sie auch ein bisschen gehasst ähm und ich glaube das kann man auch gut auf die YouTube Welt übertragen denn es gibt von euch welche die lieben sie es gibt welche von euch die hassen sie und ja die die Kandidatin hat's nicht immer leicht muss ich sagen wäre auch schon knapp herausgeflogen ich glaube ihr wisst alle wen ich jetzt meine und zwar ist es die oh Gott ich hoffe ich treffe jetzt den richtigen Knopf hier ich glaube es ist der und zwar ist es die Taylor ja ich hab übrigens den richtigen Knopf getroffen hey das ist voll kompliziert Leute weil hier sind so so äh 5-6 Knöpfe und da die ich so einspeichere und dann hab ich mir das grad nicht gemerkt wer auf welchem Knopf ist aber hey Taylor du darfst jetzt zu uns kommen und die Rose annehmen übrigens die Taylor würde es übrigens voll übrigens die Taylor würde es übrigens was die Taylor würde es übrigens freuen wenn ihr den Part positiv bewerten könntet denn die Nacht der Rosen ist immer ein bisschen anstrengender als alles andere und deshalb würde es die Taylor ganz sehr freuen wenn ihr da mal den Like-Button drückt aber jetzt genug ähm hier rumgelabert sondern Taylor komm zu uns komm in die gute Stube und nimm deine Rose entgegen die du dir verdient hast tatsächlich hast du dir sie sehr verdient ich freue mich so dass Taylor auch noch dabei ist ähm für sie habe ich auch ein ganz cooles Dream Date zusammen gebastelt was wo ich finde das passt eigentlich echt gut zu ihr und deshalb würde ich mal sagen nimmst du bitte unsere Rose an ja natürlich nimmt die Taylor sie an und damit ist Taylor auch unter den Top 3 von insgesamt 10 Ladies und sie darf sich jetzt zur Marina begeben und ich glaube es wird jetzt richtig spannend beziehungsweise ich glaube es nicht nur ich weiß dass es richtig spannend wird liebe Freunde und ich weiß dass die einen oder anderen vielleicht jetzt doch ein bisschen anpissen wird denn ich werde gleich nochmal eine Werbung schalten einfach nur damit es spannender wird ähm bei den letzten Rose die es ja jetzt geben wird es heißt Sarah oder Jessica Sarah Jessica Parker natürlich ähm ja es wird auf jeden Fall richtig spannend die beiden Ladies schicke ich gleich zum Bachelor rein aber vorher muss ich euch leider nochmal gezwungenerweise wegen der Spannung eine Werbung reinknallen also hören wir uns gleich wer bekommt die letzte Rose nach der Werbung und jetzt wird es Zeit Freunde für die letzte Rose des heutigen Tages der heutigen Folge der heutigen Nacht der Rosen hier beim Bachelor und wir haben noch diese zwei wunderbaren Ladies da zum einen haben wir die Sarah Baker die joa wie beschreibe ich sie jetzt am besten die sexy Bitch von nebenan die es anscheinend doch äh am Ende ein bisschen ernster mit dem Bachelor meinte oder die süße Jessica Davis die schon ein bisschen verunsichert schaut ich weiß nicht ahnt sie schon irgendwas Schlimmes auf jeden Fall guckt sie ein bisschen ja ne also haha okay Sarah ist anscheinend eher da schon ein bisschen siegessicherer aber ob sie ob sie den Sieg nach Hause nimmt beziehungsweise ob sie mit zu den Top 3 darf das entscheidet allein dieser junge Herr hier der Bachelor beziehungsweise habt ihr das entschieden und ich sage euch jetzt gleich nochmal wer von den Ladies jetzt die letzte Rose für heute bekommt und damit noch mit zu den Dream Dates darf es war extrem knapp muss ich sagen ich glaube es waren irgendwie nur 60 Stimmen die die beiden unterschieden haben ich werde euch gleich das Voting Ergebnis zeigen aber ich sage euch jetzt wer es geworden ist und zwar ist es Sarah du kriegst die letzte Rose für heute deshalb komm bitte nach vorne und nimm die Rose entgegen so ähm liebe Sarah möchtest du diese letzte Rose sorry wo ist es hier denn nochmal hallo hier möchtest du die letzte Rose annehmen und sie nimmt sie an und wie guckt sie sie ist ein bisschen enttäuscht das sieht man ihr schon ein bisschen an oh nein die Arme okay Sarah dann würde ich dich gerne zu den anderen drei schicken ihr seid in den Top 3 ich bin richtig stolz auf euch ähm so nein du läufst nicht mit du wirst jetzt mit der Jessica reden und sie bitten nur Freunde zu sein denn das habt ihr gesagt ich soll das unbedingt machen und ich werde das jetzt auch tun hey können wir bitte nur Freunde sein es es hat einfach nicht gepasst und oh shit ja haben sie sich entschieden ihr romantisches Interesse ausklingen zu lassen oh 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 okay setz dich gerne neben sie oder so ich zeig euch jetzt mal die Voting Ergebnisse Sekunde ich muss die erstmal selbst auf dem Handy öffnen so okay ich blende sie euch rechts äh links daneben ein wenn ich das hinkriege so ich habe ja euch gefragt wer soll weiter und äh ja insgesamt wurden über 9500 Stimmen abgegeben und die meisten Stimmen wer sollte sie anders bekommen haben als Team Taylor Miller sie hat insgesamt 31,6% bekommen das sind 3005 Stimmen das ist halt echt knapp ein Drittel Leute aller Stimmen die sie bekommen hat die zweiten Stimmen hat beziehungsweise die zweitmeisten Stimmen hat die Marina Sanders bekommen mit 26,2% das waren 2490 Stimmen und dann wurde es ganz knapp zwischen Sarah und Jessica ihr seht schon die Sarah hatte gerade mal 21,42% und die Jessica die hatte 20,77% und es sind einfach das liegt so eng beieinander das sind gerade mal ich glaube 62 kann ich gerade Mathe ich glaube ich kann gerade kein Mathe oder 62 doch 62 Votes oder die beiden unterscheiden boah das war echt knapp das war glaube ich sogar mit das knappste ja die knappste Nacht der Rosen was jetzt so Voting Ergebnisse da war oder das okay Jessica du musst leider gehen wir verabschieden uns von dir es war eine sehr schöne Zeit mit dir ich habe dich tatsächlich habe ich sie in den Top 3 gesehen sorry das muss ich jetzt sagen ich hatte echt gedacht dass ihr Sarah raus wählt aber ihr habt mich vom anderen überzeugt und das freut mich eigentlich echt weil ich dachte Sarah die wird jetzt nicht ganz so gefeiert und die wurde halt doch ganz gut gefeiert und diese drei Ladies die Marina die Taylor und die Sarah werden wir in den nächsten Folgen nochmal einzelner sehen sie dürfen zu den Dream Dates und wir werden uns auch bei den Dream Dates wieder hören das war es nämlich von der heutigen Nacht der Rosen ich hoffe sie hat euch gefallen ich hoffe ihr freut euch mit dem Ergebnis dass die drei jetzt weiter sind und dass wir die drei noch weiterhin sehen werden wir hören uns bei einer weiteren Folge vom Bachelor wieder bei den Dream Dates und ich glaube wir fangen mit Sarah an ich bin mir noch nicht ganz sicher egal ihr werdet ihr auf jeden Fall sehen wenn es euch gefallen hat gerne einen Daumen nach oben wenn ihr mich noch nicht abonniert habt könnt ihr es rechts oben tun und links oben in der Ecke findet ihr die letzte Folge von Bachelor und unten drunter die Playlist bis dahin haut rein und ciao